so leute jetzt zu den samsung ohne abdeckung die eine abdeckung ging ganz leicht ab die andere da musste ja alles abruppen gefühlt also eine gewisse art was haben die lautsprecher ja das muss man den mal lassen dafür dass sie so flach sind so tschüss bis zum nächsten video